ist die welt friedvoller geworden seit der revolution es ist eine schande dass ihre leute leiden mussten die kopfgeldjagd ist ein kompliziertes berufsfeld man sagte mir dass sie kommen man sagte mir sie wären der beste im umkreis eines parsec das stimmt doch mandalorianer sehen sie nach draußen man wartet auf sie ja gut